Die nachfolgende Übung heißt Kniestabilisation. Sucht euch zu Hause etwas, wo ihr euch zur Not festhalten könnt und wo ihr sicher auf den Ball gelangt. Anstiegst du wieder eine stolze Brust, die Arme können ausgleichen und den Körper komplett anspannen. Je mehr ihr die Knie zusammen macht, desto schwieriger wird es. 45 Sekunden lang. Als Variante könnt ihr euch an den Ball legen und den Schwerpunkt verhindern. Ihr könnt euch die beiden Hintermütten über den Kopf erreichen und somit immer neue Impulse setzen. Achtet auch immer auf eine stetige Atmung. Achtet auch immer auf die spoken шт In��� PJs. 3 4 6